Das ist der Hawaii Toast, Toast der Fall, schmeckt allen Wund, was ist noch gelb, nanananananana. Hi. Adventskalender, Folge 4. Ich hab ne Theorie, warum es Speedbuilders gibt. Du bist nicht gebannt. Ich bin nicht gebannt, was muss ich bauen? Ähm. Eine Windmühle. Ja, moin. Ich baue ein Pixelart. So, dann bauen wir hier noch ne Tür rein. Wo sind Türen? Da sind Türen. Eine schöne Sprutstour. Zwei Minuten noch, Alter. Ha, zwei Minuten noch. Alter. Eine Minute noch. Ja, sieht scheiße aus. Hier reicht die Zeit nicht. Ja, das ist das wohl hässlichste Gebilde, was man hätte bauen können. Nee. Aber wir sind natürlich gespannt, was Benedikt mal wieder für ein Meisterwerk raushaut. Oh, meine Facecam spackt ab. Das ist meins. Das ist... Ich bin außerhalb der Map. Äh, ich auch. Ich glaube, das ist meins, oder? Ähm. Das... Was seht ihr da gerade? Ja, ich weiß nicht. Warum bin ich außerhalb? Ich bin außerhalb. Ich auch. Ist nicht meins. Failure. Das ist meins. Das ist meins. Sicher? Ja. Ich hoffe, du hast da gute Bewertung für gegeben. Ja, jetzt kann ich alles mal Eisableding geben. Ja, ähm... Ich seh's schon wieder nicht. Ich, ich. Was ist das für eine Scheiße? Ah, ich seh was. Scheiße. Siehst du mich da oben? Ja, mal Eisableding. Ich seh nicht. Ich geb aber jetzt immer die ganze Zeit schlechteste Bewertung, weil die haben ja alle nichts gebaut. Ja, aber ich seh halt nichts. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Das hat ja nichts mit Windmühlen zu tun. Was ist das für eine Scheiße? Ich hoffe, ich gewinn. Gott, ein bisschen Weihnachtsspinn. Ja, Mann, ich hab gewonnen. Ich hab aber da jetzt immer noch nicht gesehen. Außerhalb des Boren. Boah, ist das lächerlich, Alter. Oh, ich hab ne Katze gefunden. Du hast den Musik gemacht, doch jetzt. Es war schon dunkel, dass ich fünf von der Straße war, wenn es ging. So, was machen wir jetzt, was machen wir hier für ne Diskette an? Das ist mal ne Jukebox und eine Disc. Welche mache ich an? Ich mache elf an. Ich, ähm, gönne mir erst mal alle. Oh, Gott. Ich mache heute Party. Ja, Mann. Hallo, Mr. Krabs. Heute machen wir Party. Oh, ich hab's mal. Oh, ich hab's mal. Bing, 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 Bing. Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Ich mache heute Party. 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 Alles klar. Die Schaufel sieht geistig behindert aus. Time is up. Ich hoffe, diesmal können wir Sachen sehen. Ja, Mann. Mach du Scheiße. Ist das deine? Ähm, ich glaube, ich bin wieder außerhalb. Aber ich höre meine Musik. Okay, dann gebe ich dem nur noch Awesome. Was ist das für eine Schaufel? What the fuck? Aber Kunst. Machst du ein Awesome. Ich sehe es. Jetzt ist es meine. Gib dem Awesome. Hab ich. Gut. Ach, du Scheißen-Penis. Ja, moin. Das ist sogar echt gut. Dem gebe ich ein Meh. Nee, das ist scheiße. My eyes are pleating. Oh, das ist sogar gar nicht schlecht. My eyes are pleating. Was ist das denn, bitteschön, hier wieder? Ähm, dunkel. Meh. Ja. Easy, Alter. Oh, ich bin zweiter. Oh mein Gott, ein Punkt. Oh mein Gott. Ja, ich kann es halt einfach. Ich bin halt einfach so gut. Wir sehen uns morgen. Das war ein richtig geiler Abmord. Morgen gibt es das, was ich gestern geteasert habe. Auf Wiedersehen. Genau. Nämlich ein Adventskalender.